Ihr Lieben, wegen der Taisee-Andachten, die ich hier auf meinem Kanal veröffentliche, habe ich heute vor einer Woche eine kleine Umfrage gestartet. Ich habe gefragt, wollt ihr lieber ein kürzeres Format haben, nur Lesung, Auslegung und Gebet, oder wollt ihr lieber, dass ich weiterhin ganze Taisee-Andachten in voller Länge hochlade, oder wollt ihr nichts von beiden, stattdessen lieber ein Lied. Jetzt habe ich das Ergebnis von heute Morgen, gestern Abend sah es noch anders aus, aber in der Nacht hat sich das bewegt, und die meisten Stimmen hat bekommen, ganze Taisee-Andachten hochzuladen. Das sind 45 Prozent von euch, die ihr abgestimmt habt, die wollen das. Die zweitmeisten Stimmen hat gekriegt ein kleineres Format, Lesung, Auslegung und Gebet, 38 Prozent. Und die verbliebenen 17 Prozent entfallen auf Leute, die nichts von beiden wollen, sondern lieber ein Lied. Und diese letzte Gruppe, die kann ich ja beruhigen. Also jeden Mittwoch, wo ich eine Taisee-Andacht hochlade, lade ich morgens, bevor die Taisee-Andacht am Abend sichtbar wird, ein Lied oder sonst was musikalisches hoch. Also ihr kriegt eh an dem Mittwoch, was ihr haben wollt. Und die beiden anderen, es ist ein deutlicher Unterschied, also die Andachten in voller Länge haben etwas den Vorzug bekommen, aber die andere Gruppe ist ja auch recht stark. Und ich hätte jetzt folgenden Vorschlag. Immer, wenn ich eine Taisee-Andacht in einer Kirche halte, nehme ich die auf und dann schneide ich die zurecht, dass ich sie veröffentlichen kann und dann habt ihr sie in voller Länge mit Gemeindegesang und allem, was dazugehört. Und immer dann, wenn in einer unserer Kirchen keine Taisee-Andacht ist, also ich an dem Abend auch überhaupt keine Taisee-Andacht machen würde, würde ich wieder was vorbereiten, aber dann in einem kleineren, sozusagen abgespeckten Format. Was haltet ihr davon? Also, jedes Mal, wenn in der Kirche eine Andacht ist, ich schneide das mit und veröffentliche das hinterher, das kommt dann irgendwann in der Nacht. Und immer, wenn keine Taisee-Andacht auf meinem Terminplan steht, dann bereite ich was vor und lade euch das hoch in einen kleineren Format. Bitte kommentiert, regel dazu und sagt mir, was ihr gerne wollt. Macht auch gerne weitere Vorschläge, wenn ihr welche habt. Ich freue mich drauf.